Jeder weiß, wer kommt zu uns. Ich glaube, das ist die zweite beste Mannschaft in unserer Wettbewerb-Meisterschaft. Das ist eine Tormaschine, kann ich so sagen. Da musst du vielleicht doppelt Energie bringen zum Platz, die sie nun behalten. Versuchen wir das alles zu tun und unangenehmer sein für unsere Gegner und vorbereiten wir langsam auch mit Video, mit Analyse zum Morgen. Wir sitzen zusammen und entscheiden. Ich hoffe, dass schon auf dem Platz gleiches Niveau, ich meine gleiche Körpersprache, gleiche Stelle und dann müssen wir einfach, wer ist frischer, wer ist der Mann, der passt zum Gegner. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir können nicht vergleichen, natürlich so ein Niveau, aber Mkhitaryan und Costa, dass es auch verschiedene Spieler sind. Und das ist schon echt enorm viel Arbeit, von unseren Außenverteidiger, von überhaupt, dazu zu richtig was machen und so. Das ist aber natürlich, dass es beide Mannschaften, die sind einfach Torfabrik, kann ich so sagen, dann natürlich passt perfekt, dass wir die beiden Spiele oder drei Spiele miteinander sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben. Und das schon musst du nicht als richtig da umstellen, was. Dann musst du einfach auf die Sache konzentriert, was hast du schon geleistet.